Tag, ich würd gern meinen Tipp abgeben. Lotto? Mm-mm. Ah, Wahl der Schönsten. Briefmarke 88. Na, da geb ich Ihnen mal ne Teilnahmekarte. Wählen Sie einfach Ihre Lieblingsmarke. Sozusagen 1 aus 55. Und statt ner Million gibt's 10 Video-Campcorder zu gewinnen. Weiß ich doch längst. Moment mal, und wir? Bei der Wahl der Schönsten kann jeder mitmachen. Teilnahmekarten gibt's hier im Prospektständer. Briefmarken, sammel doch auf! Briefmarken, sammel doch auf!